zwar auch nicht mehr viel schuss aber immerhin besser als nix drüben gibt es munition oder hier unten war doch nachschub aufnehmen nein das wollte ich nicht ich wollte eigentlich munition aufnehmen wunderbar wenn sie jetzt hinterhoch anscheinend komme ich da hoch wahrscheinlich darüber die kante greifen da wo ich gerade war jetzt hoffen wir mal die waffe auf die hier jetzt muss ich sowieso da hoch steigen so weit springen kann ich dann doch noch nicht so so wenn hier kein gegner kommt so ist halt so stirb doch so jetzt aber da kommen noch mehr das ding ist echt riesig so gucken wir mal da was sehen ne irgendwie nicht nur zum vorrücken das munition dann lade ich mal hier nach meine fernkampfsgar gibt es noch nur tausche ich mich mal mit dem hier weil ich trotzdem glaube ich das reflex visier drauf knall so so hier kann ich nix ändern gell ich kann nochmal nachladen und munition mitnehmen so und schadet ja nie bei den ganzen gegnern da ist schon der nächste so haben wir den taktische optionen verfügbar erstmal gegner kann man hier vermeiden wahrscheinlich hier runter zu springen und jetzt kommt auch schon der gegner machen wir den nein ah das ist wieder so ein großer ok jetzt mal kurz hier hinten dran lad auf dann kriegt er mal zwei c4 packung in rücken geschmissen zack zack und zack zack und kaboom hahaha das war doch jetzt geil dann kassieren wir nochmal 500 und dann machen wir doch mal hier jetzt das ding hier kaputt was muss ich hier hindere was muss ich hier hindere sabotieren machen wir sie jetzt kaputt oder wie ok wow das sieht aber nicht so cool aus naja gehen wir halt mal herein äh ok ok gut mal sehen was der anzug alles kann ok 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 maus 1 nee drücken wir doch mal und noch mal maus 1 maus 2 maus 1 Und ja. Und aufstehen. Alcatraz, hören Sie mir genau zu. Ja. Die Entscheidung ist gefallen. Die Bomber sind unterwegs. Nichts wie raus da. Ja, dann. Ich habe einen Helikopter geschickt, aber Sie müssen sich beeilen. Suchen Sie sich eine erhöhte Position, schnell. Okay, ich beeil mich. Äh. Mal schliessen. Ich versuch's ja schon. Oh je. Sieht ja schon mal nicht so cool aus. Seht ihr in der Stelle, kommt da. Oh je. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Fuck. Analyse des BNW-Direktors abgeschlossen. Kompatibilitätsregistrierung wird durchgeführt. Verarbeite 76%. Sperrprotokoll wird benötigt. Okay, also der Anzug analysiert das Alien-Gewebe. Und 76% anscheinend hat er schon rausgefiltert oder wie man es nennen möchte. Das Autosgerät von Ruhl tatsächlich funktioniert. Und wenn er nicht in den Wäldern ertrunken ist? Scheiße, Peter, dann ist mir das zu glauben. Nur Array, wir haben das Segen. Da, da drüben, holt das! Auf der Träne! Ich bin's, Chino. Erinnern Sie sich? Oh, das ist doch der aus dem U-Boot. Der eine. Auf jeden Fall sind das jetzt Marines. Keine Cell-Leute. Und die sind wohl auf unserer Seite. Ja. Dann hab ich, äh... hier billig erworben. In Europa ist das nämlich eine viel teurere Angelegenheit, so einen Anzug zu kaufen. Das kann ich dir erzählen. Taktische Optionen. Dann haben wir eine Granate. Erkunden. Unterstützen. Und Nachschub aufnehmen. Okay. Gehen wir nochmal voran. Vor allem der Nachschub. Würde ich schon gerne nehmen. Weil ich muss jetzt... Schon dabei. Was haben wir denn hier noch? Kunden. Ich höre Sie, Sir. Ich höre Sie, Sir. Wir haben Volumptienangriffe von allen Seiten. Wir müssen an einen sicheren Ort. Haben Sie den Anzug, Kerl? Ja, wir haben ihn. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir kommen. Okay, aber beeilen Sie sich. Wir sind hier in der Unterzahl. Was haben wir denn hier noch? Kunden. Ich glaube, hier rüber. Jetzt wollen wir mal nicht so weit ohne mich vorlaufen. Was haben wir denn hier? Das schadet auch nie. Oh, fuck. Ich glaube, so leicht komme ich da gar nicht hoch. Das wüsste ich jetzt nicht, wie. So hoch springt der jetzt auch nicht. Naja. Oh, ein Stück der Freiheitsstatue. Naja, dann müssen wir das mal links leben lassen. Oder waren die da? Wenn man sich das sieht, waren die da. Dann probiere ich es jetzt nochmal. Der irgendwie hoch zu kommen. Hier, vielleicht, da ist der Weg nicht so weit. Zack. Was soll jetzt hier sein? Erkunden. Ja, ich erkunde und sieh nix. Oder wie? Sieh irgendeine Waffe oder so. Na, da laufe ich ja mal vor. Komm mal herunterkicken. Gut. Naja, eher nicht so. Das, was ich jetzt brauche. Aber, ey. Aber diese Alien-Dinger, die haben die ganze Stadt ganz schön durcheinander gebracht. Mal gucken, was für Löcher hier sich so bilden. Mann, oh Mann. Zack. Das sind doch die eigenen, die ich jetzt hier gerade markiere. Egal. Egal. Okay, jetzt geht's hier rund. Wie immer mal unser Glück. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Oh Mann. Gehen wir mal hier weiter vor. Ich glaube, ich wollte die Sporen mitnehmen. Hat aber nicht geklappt. Ich brauche mal eine Waffe. Scharfschützengewehr kann ich hier holen. Hier kann ich Stealth machen. Oh Mann, das klappt ja wunderbar. So, jetzt aber. Vielleicht vielleicht doch mal da hoch. Oh, was haben wir denn hier? Das nehme ich natürlich. Ach, das nehme ich so in die Hand. Kommt noch mehr runter, glaube ich. Au, au, au. Au, 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 au. Ich habe irgendwie das Gefühl, das macht keinen Schaden. Das ist nur eine Möglichkeit. Dann ist er weg. Hier habe ich keinen Schuss mehr drin. Wo sind die denn hin? Davor schon. Ich brauche mal eine andere Waffe. Wäre echt toll. Ah, der will ja nicht. Immer noch C4. Das nimmt man auch mit. Au, au, au. Habe ich dich. So, dich habe ich auch. So, dich habe ich auch. So, jetzt aber. Habe ich den. So, jetzt. Okay. Der hat mir jetzt irgendwas erzählt. Ich habe es natürlich nicht komplett gehört. Aber es wird schon passen. Ah, ich habe jetzt hier einen Granatwerfer unten dran. Das ist natürlich nicht gut. Da draußen, das klingt ja schon mal nicht so geil. So, was können wir denn hier hinten anpassen? Äh, Granatwerfer mal drauf. Und Sturm ist hier. Ich weiß nicht. Naja, gut, lassen wir es mal drauf. Und hier haben wir. Reflex. Und dann war ich das mal gezielt. Das ist eigentlich perfekt, so. Dann. Hi. Und Ciao, oder so. Ich glaube, die kommen nicht mehr mit, nämlich. Ich muss jetzt hier weitergehen. Oh, ich muss jetzt alles vorrücken. Okay. Oh, ich muss jetzt hier noch mal. Ich nehm. Ich nehm. Oh, ich nehm. Oh, ich nehm. Oh, ich nehm. Oh, 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 oh. Sehen die mich? Find ich gar nicht cool. Okay. mal langsam das haben wir mal hier aber glaube ich eine ganz coole waffe die ich dann ganz gern durch die her setzen würde so jetzt haben wir erstmal hier eine sprengung